Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Liz. Oster beginnt. Und wussten Sie, dass das der meiste Produkt konsumierende in Deutschland in dieser Zeitjahre Schokolade ist? Heute bringe ich Ihnen ein kostenloses Rezept mit einem sehr mexikanischen Toch. Wenn Sie die Geschäfte in Deutschland besuchen, finden Sie eine große Auswahl von Schokolade in dieser Zeit in Form von Hasen oder Eier, aber auch verschiedene Tafeln Schokolade. Das heutige Rezept ist ein idealer Dessert für Oster. Muster Schokolade mit einem Toch von Totopos de Maiz. So ist mit Tortillaschips. Können Sie es sich vorstellen? Wie der Name schon sagt, steckt der mexikanische Toch in den Tortillaschips. Denke bitte daran, die Zutaten sind in der Videobeschreibung auf Bevor. Bereit zu kochen? Arre! Die Zutaten sind in der Videobeschreibung auf Bevor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.